Was ist das? Was hast du da, Nick? Ein Kibs! Ein Kibs! Was machen wir mit dem Krebs? Okay, ein Fieber! Seh auf, tu ihn ins Wimmypool! Bringst du ihn ins Wimmypool? Komm, schnell! Aha! Oh, den Kibs sind schmutzig! Den Kibs sind schmutzig! Den Kibs sind schmutzig! Wir haben ihn. Wir haben ihn. They're fast. Yay, Nick!